Hallo und herzlich Willkommen zu einem nächsten Gewinnspiel Auslosungsvideo. Es wäre das erste vom Monat Februar. Ich glaube ich habe jetzt schon das zweite vom Februar gepostet. Ich habe es total vergessen gehabt das erste noch zu machen. Ja da ging es ja einmal hier um Marvel, um das Gratis Comic, dann um den Anstecker von den Avengers und um das 3D Puzzle Eraser Captain America. Ja ich entschuldige mich schon mal dass es jetzt mal wieder, ach ich glaube im Monat oder so nichts mehr an Videomaterial kam. Viel zu tun gehabt. Es tut mir leid und ich werde hier auch einfach nicht fertig mit dem Einrichten. Jetzt habe ich noch zwei Katzen dazu Willkommen. Es steht hier auch erstmal alles rum. Ach ich sag's euch. Aber gut wir legen los. Das haben neun Leute mitgemacht. Und dann schauen wir mal wer diese drei Sachen bekommt. oder wer nicht. So. Karabus Abus du hast leider nicht gewonnen. Abby Banono. Du hast leider auch nicht gewonnen. Ebi Banono. Du hast leider auch nicht gewonnen. Alana Blythe, du hast leider auch nicht gewonnen The Real Adrian, du hast leider auch nicht gewonnen Boombastic, Fantastik, du hast leider auch nicht gewonnen Der 4K Sammler hat leider auch nicht gewonnen Boho, du hast leider auch nicht gewonnen Und der letzte ist MV, du hast gewonnen, ja herzlichen Glückwunsch Nachricht schickst du mir vielleicht bei Instagram Bugfish Gaming, also ich heiße da nicht mehr Steffo, ich heiße da Bugfish Gaming Oder eine E-Mail, die siehst du oder die findest du in der Infotafel von YouTube da Genau und ja dann einfach deine Adresse bräuchte ich dann und dann viel Spaß mit den 3 Sachen Ja, an alle anderen nicht trauer sein, auch wenn wir jetzt schon das Jahr 2022 haben Ich gehe natürlich erstmal 2021 durch Und genau, dann war es das jetzt Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder Bis dahin sage ich, bleib dran, bis dann, euer Steffo Ciao, ciao Ciao